Heute wollen wir uns anschauen, wie man Pipedrive rechnen lässt. Dazu verwenden man ein Tool namens Integromat. The glue of the Internet, wie es da so schön steht. Der Klebstoff, der das Internet zusammenhält. Eigentlich ist dafür gedacht, dass man Tools miteinander sprechen lässt, also automatisiert Daten überträgt und somit Workflows und Automatismen auch über mehrere Tools hinweg erstellen kann. Also anders als im Pipedrive, wo man Automatismen erstellen kann, die Pipedrive selbst betreffen, kann man mit Integromat etwas im Pipedrive auslösen und Daten werden in ein anderes Tool übertragen. So als Beispiel von der Website von Integromat. Ein E-Mail kommt in Gmail herein, dadurch wird eine neue Zeile in Google Sheets angelegt und die Anhänge aus dem Mail werden auf Facebook gepostet und gleichzeitig in der Dropbox abgelegt, nur so als Beispiel. Also unterschiedliche Tools sprechen miteinander und das automatisiert. Mit welchen Tools funktioniert das? Sie schreiben da Hundreds of Apps und das ist nicht übertrieben. Man findet wirklich alles, was Rang und Namen hat. Wir selbst fehlen ein wenig die Anbieter von deutscher Software, wie zum Beispiel für Rechnungslegung. Aber das kann man auch selber bauen. Ah ja und bevor wir weitermachen, gleich ein schneller Hinweis. Wenn Sie Integromat testen wollen, hier ist eine URL, mit der bekommen Sie deutlich mehr Testvolumen. Ich poste Ihnen den Link dann irgendwo zum Video. Sie werden ihn finden. Aber jetzt schauen wir uns an, wie es funktioniert. Integromat denkt in Szenarios. Wir wollen ein neues Szenario erstellen und das aus Pipedrive heraus. Deswegen gebe ich da jetzt mal Pipedrive ein. Da suchst du mir dann die Pipedrive-App sozusagen. Man muss nur Pipedrive auch richtig schreiben können. Das hilft. Ja, da suche ich es aus. Gut. Und ja, da sage ich, ich möchte in Pipedrive heraus meine Deals anschauen lassen. Also Watch Deals. Nehmen wir da ja. Ja. Dann hat er alle Deals im Pipedrive im Auge. Gut. Das verbinde ich jetzt noch mit meiner Testumgebung. Und da drinnen sage ich jetzt, ich möchte den Trigger starten, sobald ein Deal abgedatet wird. Und zwar von jetzt weg. Gut. Jetzt brauchen wir ein neues Modul und dieses Modul soll wieder Pipedrive sein. Und was soll passieren? Er soll einen Deal updaten. Ja. Deswegen klicken wir hier drauf. Jetzt stellen wir wieder die Verbindung her zu unserer Testumgebung. Jetzt lädt er die Felder, die wir brauchen. Ja. Das, was wir brauchen auf jeden Fall. Das ist eine Deal-ID, damit er uns den Deal updatet und nicht irgendwelche anderen Felder. Und dann wollen wir Folgendes machen. Wir wollen Pipedrive rechnen lassen. Also in meiner Testumgebung habe ich drei Felder. Einmal die Sichtkontakte, einen Preis und daraus soll sich der DKP, also einen 1000-Kontakte-Preis, erreichen. Das ist der Preis, den es kostet, um zum Beispiel mit einem Online-Banner 1000 Kontakte zu erreichen. Vermittet man den in der Werbemitschaft, also im Marketing. Das rechnet sich, also der Preis gebrochen durch die Sichtkontakte mal 1000 ergibt den DKP. Ganz einfach. Ja. Und das wollen wir jetzt berechnen. Dazu gehen wir wieder zurück in Intercomat. Da haben wir das Feld mit 1000-Kontakte-Preis. Das wird ja ausgelesen. Und da drinnen sagen wir, wir wollen den Preis hernehmen. Jetzt brauchen wir eine Formel. Nämlich gebrochen durch die Sichtkontakte mal 1000. Das ergibt unseren DKP. Okay. Okay. Das Integromat-Szenario ist jetzt also erstellt. Und wir haben ja gesagt, wir wollen das trickern, indem wir unseren Deal updaten. Und das machen wir jetzt. Wir gehen wieder zurück zu unserer Testversion und geben bei den Sichtkontakten einen Wert ein. Nämlich 100.000 Sichtkontakte kosten einen Preis von 200 Euro. Speichern wir. Und jetzt gehen wir zurück in Intercomat. Jetzt starten wir. Das muss man mal weg daher. Auf die Seite damit. Jetzt starten wir dieses Szenario einmalig. Man kann das so einstellen, dass das dann auch öfters funktioniert und automatisiert. Also zum Beispiel alle Viertelstunden. Jetzt durchschaut er alle Deals. Aber was findet? Da hat er einen Deal gefunden und einen abgedatet. Und haben wir einen Preis. Tada! Eine, zwei. DKP von zwei. Apropos Preis. Schauen wir uns die Preise von Integromat auch noch an. Es gibt eine Gratis-Version. Bis zu 1.000 Operationen. Ja, also 1.000 Berechnungen. Kostet nichts. Weiß nicht, was Sie mit Pipedrive machen, aber damit kommt man schon recht weit. Genau. Und wie früher erwähnt, wenn Sie es mit unserem Test-Link starten, dann bekommen Sie diese 10.000 Operationen zum Testen einmal. Damit kommen Sie dann tatsächlich sehr weit. Gut. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wenn Sie Fragen haben. Unsere Kontaktdaten stehen auf www.pd-experts.com Und wenn Sie noch mehr von diesem Video sehen wollen, abonnieren Sie doch einfach diesen YouTube-Kanal. Gut. Viel Erfolg damit!